So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO, brandaktuelle News, spät zu Abend. Ich habe gedacht, wann soll ich das sonst reinquetschen? Morgen ist eigentlich alles anders geplant, Sonntag auch. Deswegen haue ich das jetzt schnell am Abend raus, denn wir waren ja die ganze Zeit gespannt. Es ist bald der 1. September, wir haben noch keine Info, was wird der neue Raid-Boss, was sind die Spotlight-Stunden, was sind die Mega-Raids, was ist der Forschungsdurchbruch und wir wissen es immer noch nicht, denn der Event-Kalender ist immer noch nicht da, wir wissen immer noch nicht, was die Raid-Bosse werden, wir wissen gar nichts, aber wir wissen jetzt was anderes und zwar, hoppa, wie wenn der Hund durch den Reifen springen soll, hoppa, oder wenn die Katze hoch auf den Schrank hüpft. Habe ich gelesen, kam in-game und jetzt hat mein MMO auch einen Artikel hier schon rausgehauen, die waren da relativ fix, ich habe sonst noch nichts darüber gelesen, die anderen sind doch am Machen, aber was war da denn schon wieder los? Wir wollen mal kurz das überfliegen mit euch zusammen. Pokémon Go, Jahreszeit des Schabernacks bringt Hopper und neue Ditto-Verwandlungen. Ihr wisst, mittlerweile Pokémon ist immer in Jahreszeiten aufgeteilt, die dann immer ein paar Monate gehen. Auf Südhalbkugel, Nordhalbkugel tauchen da auch unterschiedliche Pokémon auf, das sind die Jahreszeiten in Pokémon aufgeteilt und hin und her, jetzt kommt die Jahreszeit des Schabernacks. Ist auch Halloween dann mit drin und alles dabei. Gucken wir mal, was steht denn hier? Hopper auf jeden Fall ganz interessant. Viele haben sich gewundert seit dem Go-Face, dieser Zwiebelring am Himmel. Was ist los? Was ist Hopper? Bruder, was hast du vor? In Pokémon Go startet im September die Saison des Schabernacks und dem Release von Hopper. Dazu wird es Spezialforschungen geben, veränderte Spawns in Eiern und der Wildnis und neue Verwandlungen für Ditto. Wir zeigen euch alles, was ihr zur neuen Season wissen müsst. Angeblich gibt es also diesmal auch Shiny Ditto in der Wildnis, dass ihr Shiny-Pokémon fangen könnt, die sich zu Ditto verwandeln können und Ditto auch Shiny sein kann. Also nicht nur für die Leute, die damals das Ticket gekauft haben, sondern eben auch für jeden jetzt. Shiny Ditto in der Wildnis. Das bringt die neue Season, bla bla bla, am Mittwoch, dem 1. September, 10 Uhr. Das ist übrigens auch der Punkt, wo Zamasenda aus den Raids verschwindet, Teil 3 vom Hyper-Bonus endet und eigentlich sich alles andere umkrempelt und wir gar nicht wissen, welcher Raid-Boss kommt dann rein. Und irgendwie weiß man das nach dem Artikel auch noch nicht, weil es hier nur um Hopper geht und den Rest. Also am 1. September, 10 Uhr, starte die neue Jahreszeit, die neue Saison, bis 1. Dezember, September, Oktober, November, Dezember. Sind trotzdem also nur drei Monate, ihr habt immer drei Monate ganz gemütlich. Alle Infos zu Hopper. Spezialforschung. Missverstandener Schabernack beginnt direkt mit dem Start der Saison am 1. September, 10 Uhr. Ihr habt die ganze Jahreszeit dafür Zeit, sie zu lösen. Allerdings werden Teile der Spezialforschung erst später in dieser Jahreszeit freigeschaltet. Na Yendik erklärt, dass Teile der Spezialforschung erst während bestimmten Events freigeschaltet werden. Wenn Trainer die Spezialforschung für diese Jahreszeit abschließen, schalten sie damit am Ende der Jahreszeit ein besonderes Event frei. Das wohl mit Hopper in Verbindung steht. Als Hinweis erklärt Na Yendik, Hopper kann derzeit noch nicht auf Pokémon Home übertragen werden, falls ihr in dieser Jahreszeit nicht spielen könnt. Hopper, gebannt, wird auch in Zukunft noch einmal zu fangen sein. Das ist aber sehr schön. Folgende spannende Daten werden angegeben. 1. September, willkommen in der Jahreszeit des Schabernacks. 5. September, Hoppers Ankunft. 8. September, unbekanntes Ereignis. 21. September, unbekanntes Ereignis. Vier weitere unbekannte Ereignisse im Oktober und November. Das ist aber schön. Ich will immer noch wissen, was die nächste Raid-Bose ist am Mittwoch. Wann kann man Hopper fangen? Ein Hopper könnt ihr bereits fangen, wenn ihr die Aufgaben erfüllt, die am 5. September freigeschaltet werden. Am 1. startet also direkt eine Forschung, aber erst bei den Aufgaben, die am 5. freigeschaltet werden, könnt ihr dann Hopper fangen. Gibt es jetzt nur eins pro Spieler? In dem Moment erstmal. Event zu Hoppers Ankunft am 5. September, 11 Uhr, Ortszeit bis 17 Uhr. Also 11 bis 17 Uhr am 5. September. Schreibt euch das in den Kalender. Schreibt euch das auf. Was passiert? Ihr könnt in der Spezialforschung Hopper schnappen. Euch erwartet eine Sammlerherausforderung, die euch mit Hopper-Bom-Boms und einer Avatar-Pose belohnt. Ihr erhaltet doppelte Bon-Boms für das Verschicken von Pokémon. Im Shop gibt es eine kostenlose Box mit einem Rauchmodul. Feldforschungen bringen Sonder-Bom-Boms und Bälle. Außerdem laufen Rauchmodul-Boni zu verschiedenen Uhrzeiten, lockt ihr andere Arten von Pokémon an. Das kennt ihr ja, das hatten wir theoretisch schon mal, dass jede Stunde das gewechselt hat. Das Habitat sozusagen aus dem Rauch. Hier haben wir jetzt 11 bis 12 Psycho-Pokémon, 12 bis 13 Unlicht und Geist, 13 bis 14 Psycho, 14 bis 15 Psycho, 15 bis 16 Unlicht und Geist, 16 bis 17 Psycho. Ihr habt also 1, 2, 3, 4, 4 mal Psycho, jeweils eine Stunde Unlicht und Geist gemischt, aber nur zweimal. Okay, die folgenden Pokémon können dann erscheinen in den Psycho-Stunden. Hier haben wir zum Beispiel Owei, Ros... Alter, Roselia... Na, bist du bescheuert. Ich weiß den Namen nicht mehr. Wir haben Owei, okay, wir haben Nato, wir haben Spolgen, wir haben Gira... Virafarig, wir haben hier Somniam, wir haben Nathane, wir haben... Wer ist denn hier von Kusilla? Rosana, Bruder, Rosana. Und dann Geist, Unlicht, Stunden, wir haben Radfratz, Pfiffchen, äh... Zwirlicht, Felilu, Zobiris, Kanivania und Driftlon. Das sind aber nur kleine Auszüge, mein Gott, ist das peinlich. Neues, neue Wildspawns und Eieränderungen. In verschiedenen Lebensräumen trifft man zu neuen Season auf andere Pokémon-Spawns. In der Stadt Schuppet, Unratüdog, Smolimor, aber... Gut, uninteressant. Im Wald Teddyursa, Schnuthelm, Laukaps und weitere uninteressante. Gebirge, Kleinstein, Rihorn, Schneckmark und weitere... Rihorn, XL Bonbons, das klingt auf jeden Fall gut. Am Wasser Krabbi, Seba, Mantax und weitere... Manntax, vielleicht für Go Battle League. Nordhalbkugel, Pummeldorf, Fleckbund, Endivir, Feurigel, Kanimani, Biditsa, Sesokitz in Herbstform. Weitere Südhalbkugel, Pipi, Roselia, Serbifoi, Floingotaro, Schallquab, Sesokitz in Frühlingsform. Die folgenden Pokémon schlüpfen in den neuen Season aus Eiern. 2 Kilometer mit Nidoran, männlich, weiblich, Schmerbe, Driftlon. 5 Kilometer, Jorob, Tansa, Zobiris, Klingplim. 10 Kilometer, Ordoch, Linfu und mehr. Also wer in der GBL noch kein Glück hatte und ein Linfu bekommen hat, kann es wohl dann auch aus 10 Kilometer Eiern brüten. 5 Kilometer Eier aus Abenteuer-Sink-Belohnungen. Schildarus, Cognodon, Quabbel, Weiblich und mehr. 10 Kilometer Eier aus Abenteuer-Sink-Belohnungen. Riolu, Capuno, FM und mehr. FM für viele interessant, wegen den Bonbons natürlich und der Entwicklung dann. Riolu für mich interessant, ich brauche nämlich noch einen Hunderter. Mega-Entwicklungen. Wow, kommt da was Neues? In jedem Monat der Jahreszeit des Schabernacks bekommt ein anderes Pokémon einen WP-Boost, wenn ihr seine Mega-Entwicklung auslöst. Das sind Lammus im September, Gengar im Oktober, Hundemon im November. Okay, neue Ditto-Verwandlungen. Was ist neu? Eigentlich kann Ditto sich in eine festgelegte Menge von Pokémon verwandeln, doch mit dem Start der neuen Season kommen wieder weitere Verwandlungen hinzu. Das sind Nebulak, Traumado, Remorite, Teddyursa, Schlubbuck, Kamau, Skungapu, Litomiff, Tarnpignon. Normal war es so, wenn ein Pokémon shiny sein konnte, war das kein Ditto. Sobald es shiny sein konnte, ist es aus dem Ditto-Pool rausgeflogen. Jetzt bringen sie aber absichtlich Pokémon rein, die shiny sein können, aber trotzdem Ditto sein können danach. Hm, hier habt ihr nochmal alle in der Übersicht, das Bild ist auch wichtig und hier steht es auch nochmal. Das bedeutet, dass ihr zum ersten Mal außerhalb der Spezialforschung mit Shiny Ditto wirklich Shiny Ditto in der Wildnis fangen könnt. Das bestätigt Pokémon Go Hub. Zu beachten ist, fangt ihr eins dieser Ditto-Pokémon als shiny und es verwandelt sich zu Ditto, gibt es keine Garantie auf shiny Ditto. Sollte sich eins der Pokémon in Ditto verwandeln, kann es shiny werden. Mehr zu Pokémon Go, alles klar, jetzt steht hier noch irgendwas anderes, aber wir wissen immer noch nicht, was sind die Spotlightstunden, was sind die Mega-Rades, was ist der Feldforschungsdurchbruch, was sind die Fünfer-Rades, weil das ist ja eine Spezialforschung. Es ist auf jeden Fall interessant, die ganzen Pokémon-Spawns und Eier, es sei mal dahingestellt, aber das mit Ditto, shiny Ditto in der Wildnis, shiny Pokémon fangen, die zu shiny Ditto werden, wird auf jeden Fall viele Leute freuen. Viele werden da sagen, richtig krass, wer das erste shiny Ditto gefunden hat, postet es dann mal unten in den Kommentar rein. Und Hopper aus der Spezialforschung mit diesem besonderen Tag am 5. September mit besonderen Rauchstunden. Ich glaube, da werden wir vielleicht streamen, den ganzen Rauchtag komplett, gucke ich mir dann an, wie das ist, wie das passt. Schreibt euch das auf, schreibt euch das alles in den Kalender. Freut ihr euch auf Hopper, habt ihr Bock auf Hopper, ist das stark, ist das schlecht, ist das nur ein Pogedex-Füller? Das sind die News des Abends, danke an meine MMO für den Artikel, dass ich mich darauf beziehen konnte. Das war es von meiner Seite aus, schreibt runter, eure Meinung dazu, peace out, vorhaut, euer Ramses.